Die Fahrgäste, wir erreichen jetzt von der Hauptbahnhof der Aufstiegsbedingten Fahrt. Wir sind in der Wiedersehen in die Serie Schmarrn und bleiben Sie gesund. Auch für Stellung und Unmöglichkeiten durch die Verspielung wünschen wir uns noch einmal an dem Tag auf Wiedersehen. Für die weitere Zeit der Fahrgäste, der hinten basiert uns hier einen klar wichtigen Richtungswechsel, da jetzt aufhört von etwa fünf Minuten. Ja.